Die Aufregung um den Klimabonus geht weiter. Nun wird bekannt, dass tausende Tote Geld erhalten. Denn bis die Behörden über das Ableben informiert werden, vergehen oft Wochen. Wie die Presse berichtet, dürfen ehrliche Hinterbliebene das Geld auch nicht zurücküberweisen. Wie das Ministerium mitteilt, ist das rechtlich leider nicht möglich. Das Geld geht in die Erbmasse über. Manche Alleinerben bekommen den Klimabonus somit doppelt. Den Klimabonus bekommt jeder, der 183 Tage seinen Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet hat. Als Stichtag wird dabei von der Regierung der 3. Juli 2022 festgelegt. Weil aber durchschnittlich jeden Tag 247 Menschen in Österreich sterben, erhalten nun rund 18.000 Tote 500 Euro überwiesen. Bis Angehörige die Toten vom Hauptwohnsitz abgemeldet und den Behörden gemeldet haben, vergehen meistens nämlich mehrere Wochen. Die betroffenen Personen tauchen deshalb auch noch einige Zeit nach ihrem Tod im Personenstandregister auf.